Jetzt noch wieder ein bissel rein Natürlich ist auch der Melonski wieder dabei Alter, halt doch das Maul! Hahaha, da is er Da is er Dann gucken wir mal, was rauskommt Auf, entspannt Komm mal runter, Petter, komm mal runter Ja, ich hab schon wieder drei gehüllt und dann hat der andere natürlich auch dieser epische Pump Hahaha So, Brust Brusthärchen Jetzt sag mal am Anfang wieder ein bissel solo und dann du Oh Ähhhh Boah, die geht Den, 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 den Oh, so sind jetzt, nehmen wir erst mal Dein zwölfchen Äh, ja, komm mal Also wer es nicht weiß, was wir uns dahinten pfeffern, das ist Koks Ich mach das So, Strohhalm ist am Schlüssel Ja Peace 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 Ah Ich hab heute zu mir gesagt Ob wir mich Strohhalm brauchten Weil, unten bei der Suchstörner liegt dann auch ich gesagt Äh, ja, wir haben zwei genommen gehabt Aber, und wir haben nicht gespannt, oder ich hab nicht gespannt, dass er mir rausgefallen ist, weil ich hab meinen da noch mal gesucht Habe ich dir so gesagt, du weißt schon Äh Und Egal, ich hab den gestern sogar noch gesucht Ich war mir nämlich sicher, dass ich den in meinen Bauch ging auch nicht da hab Nö Der Flog bei mir bei der Sorgstelle, ich glaub, der ist da ein Neuernehmer Äh, ja Aber ich kann da ein Neuer mitnehmen, wenn es magst Ich glaub, man muss selber sogar noch welche Okay Mr. Malone, herzlich willkommen im Stream Schon Kannst gern mal ein Like und ein Abo droppen Aber was du eh schon droppst Ich hab mich schon Das ist sehr großzügig von ihm Und Like, dropp ich erst, wenn du dumm, ich bin weiß Und dropp ich, dass es gar noch in meine Hand in deine Fresse, in deine Fresse, oder? Ich hab mich vergessen Eigentlich, der Wind war mir sogar richtig wurscht Da, ich wollt da eh nur einen, weil ich gesehen hab, dass du zuschaust Und Tja, ich war gestern echt noch jemand zu dir noch mehr, weil ich von Hater-Serie Ich hab mich ja aufgeschmiert Alter, ich baue ja schon ein paar Mal fast tot Das ist so Das eine am fetten Haus Der war so Lack Aber das hab ich eh gesagt, dass es ein Lucky Hatchet war, aber der war so wichtig Ist so Und auch der Vorder beim großen Haus, da wo einer gekämpft hat Da wo ich den einen Also das war richtig wichtig Da wo ich den Jump hat Obgekaut hab Dann Digga Das war Wirklich Ohrhit Da hab ja nur noch keine Ahnung, wie viel OP gehabt Ohrhit 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 Mein Gott Ohrhit Eigentlich Eigentlich müssten doch bei mir jetzt so die Zuschauer pushen, wie die keine Ahnung was So ein Lack Digga Das gibt's doch gar nicht Äh ja, einer, die hat dich grad ein bisschen geflext Äh ja, weil ich überhaupt nicht bauen kann Ich bin jetzt flexi, ja Magst du noch was sagen? Äh na Was war denn das wieder für eine, oder? Neuerzonek ist ja perfekt, trauig schon Lokale Herausforderung, viele Gegner schaden mit Schrotflinte zu, og og ha Irgendwann ich stirb Weil ich wieder so komplette reigeschissen hab Fortnite sucht die Borisch Edition, das ist also... Ja. Mega. Sorge mal. Sorge, das ist nützschuldig. Ja, das ist Koks. Ich sage, das will wieder Raps. Ich glaube, wir müssen uns jetzt selber wieder auf Brasilien umstellen. Ah, da ist... lol. Bei mir und zwar leid. Alter, da hab ich den Vorwitz gemacht. Meiner. Digga, verpiss dich. Genau. Ein 142er, Alter. Und da vorne ein 120er. Let's go. I'm on fire, man. Jetzt schon gemeint, jetzt geh ich an den Spasten drauf. Ja, ich hab schon gemeint, TKS Koks drauf. Oh, Fischis. Hello. Fischi. Natürlich auch die beste Hacke wieder am Start. Wie man's kennt. Warum bin ich eigentlich bei dir in Spielen drin, wenn ich meine Kommentare nicht lesen kann? Anschlau. Bei mir ist noch gar nicht die Glocke rausgegangen von dir. Ich hab natürlich deine Glocke aktiviert. Ja, das dauert noch nicht mehr. Wieso machen wir erst die Brüse halt? Echt das? Mhm. Meine Ober. Ich hab eben zuschauen. Ich glaub, das bin ich selber. Ja, bei mir ist... Ah, so. Gesundheit. Da auch schön. Du freckst mich da voll ganz schön auf mit der Müsse rein. Geh. Wo waren wir das? Ah, das war da, wo wir gesucht waren. Oh, ich glaub, das wär... 20 Mal grüß. Grüß. Ja, Deutsch. Bubble. Deutschkenntnisse sind da. Auf jeden Fall. Jawohl. Nächste Aufgabe. Erledigt. Battle Pass. Was müsste das eigentlich für Battle Pass Level? Äh... Gute Frage. Ich bin der 231, gell. Nein, Gott. Ich bin gerade in der Herz auf das Blätter. Ich hab das Wurter durchspray. Jetzt sein. Ach du Scheiße. Bei mir ist der Gegner. Alter, der, der, der fickt mich. Jetzt hat der Minigun. Verpiss dich. Fick die Minifest. Wo ist er? Okay, die ersten Hits. Ah, da ist einer. Scheiße. Ich schau jetzt. Ich würde mich jetzt durch das Blitzes. So geht durch Blitzer Blitzes. Da wollten wir die Pisslöcke echt noch nicht drücken. Hei, du hast zu späße die Necke. Ja. Ach, der unten drin. Oh, Scheiße. Keine Rolle. 200 AP. Das wäre schon geschwürdig. Boah, du rickst mich so auf. Wenn wir es rum, oder? Nein, und zwar. Oh, ho, ho, ho. 158. Ja, genau. Hutsche, recht. Ja, genau. Ich muss jetzt echt Zeit lang mal wieder Gruppenkeil runter spielen, nur dass ich jetzt mal wieder eine Kamera rauskomme. Meine Fresse. Sanいいest, ja, genau. Der Mann likt noch aus. Er kommt einmal wieder rein. das ist recht interessiert mit der kirche und das pinnaculare schmeckt das ist recht interessiert mit dem Das war's für heute. Das war's für heute. Aber ich hab ja noch ein Fisch gehabt. Das ist doch wieder gut. Ja, jetzt bin ich wieder Feuer, aber... Digga, mein Headset ist so laut und ich find die Einstellungen nicht so nimmer. Weil ich gestern mein Headset nicht aufgehängt hab wie sonst, dass wir ins Bett eingeflockt haben. Und ich hab die leichte Vermutung, dass mir's komplett ausstehen wird. Ach du Scheiße. Ich bin gerade an der Tankstelle, hinten bei Lazy Lake. Weil ich da bei der, bei dem Anna Hazel, wo wir nachvollziehen. Ich hab einfach mal, jetzt schon, drei blaue Schrullis gefunden. Oh, mein Lieblingsmaschinenpistel, Digga. Oh, geil. Die Schollgedämpfte. Oh, oh. Bruder, ist das Pornös, Digga. Was soll ich machen, Alter? Mein Gott, der mit seiner scheiß Minigun. Jetzt bring ihn irgendwann um. Nee, nee, du, lass mal stecken. Hey lol, es gibt gar nicht mehr... Alter, das ist ja geil. Es gibt gar keinen Hängegleiter, den man nicht mehr muss. So, ne? Ah, okay. Gut, schön. Hier ist der Kiel. Was? Ehm, ja. Das hat's richtig Gas. Das war ja jetzt nicht so, wie... Das war dann eh schon so... Zu gut. Wie? Wieder bleu ist Rudi, oder? Was ist denn das für ein Lootbleibam? Okay, great off man. ein sniper war jetzt nicht ein sniper das heißt nicht, die country kommt zu sagen, dass wir saubern anschauen wollen Ich hab mir das nur so vor, da gibt es ja nur nur bleue Pumps und bleue Schrudis. Äh, ich hab vorher beides gehabt, also gefunden. Gleich am Anfang, also. Keine Ahnung. Jetzt hab ich eine graue Tech und eine graue Pumps gefunden. Du spielst deine Gruppenkeile, oder? Die Modus werde ich nicht mehr in meinem Leben spülen. Eben. Ich spülen ja gerade und ich finde nur noch seine Schrudis. So, ich hab auch wieder eine blaue Pumps gefunden, lol. So, ich fight jetzt gegen einen. Oh mein Gott, hat der gerade gelegt. Oh, wir nehmen gleich mal einen hundertzweiter fuchziger Hedger Druck dann. Und dann ist es einfach so. Was ist mit der Brieger? Ah, ist einer? Ach man, das ist ein Team mit... Ich muss dann auch mal schnell mehr holen lassen. Ach der sitzt im Bahn, der Hurensohn! Ich denk mir grad, wie hittet der mich so stark. Was haben Sie denn immer für Wörter drauf, Herr Kollege? Ich bin immer sehr artig, sehr brav. Wollen Sie damit sagen, dass es nicht richtig ist? Ja, definitiv nicht richtig. Laser, Digga, Laser! Push, Digga, Push! Aufhört! Mach! Du machst mich da jetzt gar nicht schreien. Irgendwer gerade voll ein Rocket eingepfetzt. Da ist er wieder mit dem Rocket am Stiesel. Ja, irgendwo einer. Aber ich bin irgendwie nicht draufgegangen. Also schätze, wir waren so Teamkollegen für mich. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen auf ganz entspannt meinen Loot-Shop snaken, aber so weit ist es irgendwie nicht passiert. Sind sie gestorben oder was? Nö. Noch nicht. Aber der da oben ist jetzt gleich weg. So, dann fliegen wir den da gleich mal hinterher. Ach, Mann! Oh! Bruder! Was ist da? Ich kann da gar nicht mal was fliegen. Ich kann da gar nicht abschauen. Ich kann da mal was oberen. Schmerz, ich kann da gar nicht nach. Und dann sag mal was, sowas in den verschiedenen Sachen. Lass mich! Ich kann das mal was. Ich kann das mal nicht mehr so gesagt. Kiste! Ich kann das mit dem valorern. Ja jeder ist so ganz nebenbei, ich glaube ich bin nicht schon back in business, Alter Ah ja, ich hab nicht Ovid vorhin gehört Ich hab hängig, Alter Naaah, kurze F*** Jawoll Da ist der Andy back am Stüssel Ey, ich hab den gerade zugeläsert und dann weiter mit So, warum er denn da? Oh die ganze runde ist wir haben also ich habe jetzt insgesamt 13 13 küls hans insgesamt und ich habe nur schon 11 küls du fragst mich so ob du kleiner scheiß verfickter kämpfer ganz ruhiger alles doch im grünen bereich ein scheißes ja ja halt ab jetzt zückt einfach durch sieg einfach durch man das ist das ganze jetzt ist so angestellt checkst du das eigentlich er gegner pusty dann baut man bissel und dann ist er bei mir und dann haut er mit schampe top vor allem ob es immer hier alles klar wo steht den schüler wenn man wäre schon jawohl ich glaube zwei meinstellung jawohl 15 küls ja die stadt hobbys gleich wieder raus 16 küls ja die 20 küls wieder so hans jawohl 17 davon wusch ist flex brudi 19 20 20 Schick! Ab so die Zone von mir OI! Mann! Oh nein, er sitzt gar gerückt da wieder. Er ist ein bisschen lautestellend, gleich gehts. Oh! Ja, jetzt schießt mich da wieder an. Jetzt komm ich wieder an. Ach, bis 125 ist jetzt wieder tot. Ach, bis 125 ist jetzt wieder tot. Ach, gell. Wieviel war Pioten der Wichser? Hockt sie in den Baum rein. In Gruppen die ganze Hitze. Ja, Gruzzi! Fünferle! Ruhig geht her, alles im grünen Bereich. Es ist noch keiner ins Leben gekommen. Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Der Greiss hat sich fix. Und dann noch drei Küsse und dann halt die 30 gehe. Und die 30 gehen ja die gleich schon noch auf. Ah, halt da, die Furzen. Mann. Swano. 118, 118. Ey, voll, da ist kein Knopf mehr. Kim, wir brauchen nur zwei Kills. Oh, da ist Alarmer. Oh, da ist Alarmer. Mann, ich schaff's nicht mal. Mann. Mann. Ja, wenigstens auch der 20. Hiotas. Non-mäßig. Es will be hacke. Es ist nur richtig. flavors mon und w tablets nebenher. Ach guck! Prüßt euch an! Prüßt euch an! Prüßt euch an! Ah, geil! Meine Einstellungen muss ich auch mal da erstmal rauf fahren Ist halt noch bissl hoch! Ich glaube, es ist so liebvend. Ganz schön. Lass ab jetzt die Stigue ganz schön. Es ist so liebvendig. Sollte Butter Jungs Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah ja, wo ist er? Oh, schieße, schwitzer Ich hab jetzt erst mir noch geblässt und ob Oh, schieße, schwitzer Oh, schieße, schwitzer Was machst du denn, du? Rauchen Ah, so einer bist du Ja, den keulen wir mal Easy snipe Ja, ist geil, ey, wo haben die Olli die Scarce von mir her? Jetzt durch Ich hab viel geblässt Oh, ich hab den Metzger komplett nicht am Arsch Ah, da fällt uns Schade, da sind drauf aus Oh, was soll das? Schieße 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 55 Volt geht dann schon mal ganz schön ab Ja Ach, leg mich Ja, genau Ja, genau Hörst du schon recht Ah, komm mit der Minigun Ja, genau Ja, genau Oida Der hat vier Kills Man, sitzt da einfach mal die Minigun aus, so ohne Scheiß Ja, die ist komplett scheiße, die Minigun Die sind einfach zu stark Ja, was wächst gegen die Mauer Ich hab vorhin einen Kohl mit der Minigun Weil ich mit der Tekka den ersten Schuss an 152er gegeben hab Aber wenn ich ihm den nicht gegeben hätte, wäre ich auch gleich wieder hingewiesen Und das ist eigentlich komplett unverdient Was möchtest du da noch machen, Alter? So ein Scheiß Und wegen sowas geht man drauf Ich find mit der Minigun braucht man nicht das Geld Vorhin pusht mich einer, da wo ich dann gesnipet war und bin Der hat mich auch noch mit der Minigun voll gesprayt Mei, ich hätte ihn dann geholt, der war komplett white und one shot Und dann hab ich mit ganz viel Pech bin ich dann draufgegangen Weil mir der Ohr nix snipet hat Hätte ich den Kohl, dann war ich besser gedrungen Ach geh Ach geh Hä? Über dir ist ein Chest und ich hol' sie lieber um meinen Loot Eier Achst du denn sie das? Achst du das? Ich bin so Leonard Eier Dib Eier Eier Höh! Mein Gott, so wie die Tab-Button wie ein 6-E-Truck hier, dass wir selber Luft tun. Mhm. ich habe sechs Minen, Digga! Huch! Hey, Martin! Ich müsste nur noch an eine latschen. Oh, aber es ist mir plästchen, da will ich schon. Wollanden, jetzt! Ach, hier geht es, es ist Schork! Guten Abend! Oh! Hast du den Gerocker, Digga? Ja! Ich auch nicht. Na ja. Also nicht wirklich. Ich gehe jetzt auf Auf, äh auf Privat. Das ist deine Party. Die Party ist nun privat. Oh Gott! Ach du Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ist das ein wenig Platz in der Lua oder wo ist das? Das war's. Das ist ein wenig gut. Das ist ein wenig gut. Ah, das baut ist ein wenig gut. Ah, das baut ist da. Ah, das baut ist da. Okay, bro, just fuck it off me Ich hab den gerade mit den Minen gekoilt Ich hab den gerade 5 Minen geschmissen, ja Schießen, oh, er läuft zu den Minen, die fallen 4 Minen ab, oh, in seinen Weg Oh mein Gott Ich werde von einem Bot geholt Echtes? Weil mir der so nur Headshots gedruckt hat Ach, geh Ich glaube, ich hab jetzt auch gleich ein Problem mit den Boots Depp'n der Ich hab gerade 200 ab, da soll ich nur noch 1 an 1 Das geht Ich hab den 7, ich hab den Dingo Vielen Dank. 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 So... Ach, okay. Genau... ... 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 Jawohl, der ist weit Alter Jawohl Blaue Tech oder die goldenen Schröder? Blaue Tech Ja, super, Spiesent Ja, Holzmaul Ja, genau Euer, ich verrick immer so Immer Ich hab seine Schwitzer da drin Meine Fresse Jetzt weiß man wie ich immer drauf geh Erst Fall Damage und dann von vorn und von hinten Naja, nix, Spies ist zum Duo, okay Lol Wie im Hinterkasten in den orada Was das kasten? Wie im Hinterkasten? Ja 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 Das war's. Ah, morgen wieder arbeiten. Wunderbar. Hast Bock? Genau, genau. Da geht man einmal oben hier, beim L-Haus. Schon gibt der Mainz einen Headshot. Mit einer Pump. Bei mir wäre es wieder bloß ein 33er. Ich hab's gesehen. Direkt neben dem Haus, wo du überlandst, außer ich verbläßt, ist jetzt einfach ein Lootjob. Und, die Kisten ist an, oder? Alles klar. Das ist Lack. Ja, richtig Lack. Ah, da ist einer. Ah, da ist einer. Ich dachte, der liegt so, da bin ich schon. Wo den habe ich? Der war lost. Lost sein Vater, Digger. Ah, ja, da ist der Lootjob jetzt weg. Aber ich weiß nicht, wo der war. Ah, scheiße. Ich hab' voll wegfingelt. Ich hab' keinen Maschinenpistel. Hä? Ja, und der Nächste. Was, ist denn da noch geliebt, oder nicht? Wann schon, aber es sind da noch zwei. Es ist eh klar, dass man von zwei Seiten gelasert wird. Wann kennt ihn. Ach, ich drück mir jetzt einen Madkit, dass mir das wurscht. Ah, ja. So, jetzt ins Haus, eine. Ich glaub' da aufwärtser. Ah. Hä? Von da hinten schießt der anderen Warner. Boah, aber nicht schlecht. Boah, aber nicht schlecht. Boah, aber nicht schlecht. Boah. Jawohl. Tach, der ein Mini-Gang kommt. Ich werde gesnipet. Ich werde gesnipet. Ja. Ja. Der scheiß Baum. Das ist der Minigun. Ja. 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 Aber ich glaube, ich hole mir als erstes mal was unten zu messen. Mach dort. Kannst gleich der Wein noch schnell rund ohne mich spielen, wenn es ist. Nein, die regt mir kurz auf. Ich hole mir schnell unten was, ich komm gleich. Schon einiges Mal! Ich hole den Mit. Ich hole mich in die condem. Ich hole mich. Ich hole dich nicht im Club. Ich gehe nicht. Ich hole mich in die ganzen Tag. Ich hole mich in die Zeit. Wir wollen euch zusammen! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020